In diesem Video wollen wir Ihnen einige Eindrücke aus unserer laufenden Produktion zeigen und Ausblicke auf die Entwicklung unseres Betriebes in 2012 geben. Etwa 80% der Fertigung eines Wärmetauschers werden in Handarbeit durchgeführt. Stabile GFK-Profile und ein spezieller Kleber halten die Komponenten zusammen. Auf einer computergesteuerten Formatkreissäge werden die Teile bearbeitet und millimetergenau zugeschnitten. Zunächst werden die Gehäuse gefertigt, später werden die Module einzeln in die Segmente der Gehäuse eingeführt und versiegelt. Hier ein Blick in die Fertigung der Tauschermodule. Auch hier sehr viel Handarbeit nach Einfügen der Tauschermodule in die GFK-Gehäuse, die über stabile GFK-Profile verstärkt werden. Erfolgt das Abdichten der einzelnen Gehäuse und die Anpassung an die jeweiligen Tauscherbaugrößen. Die einzelnen Baugruppen werden auf modernen computergesteuerten Formatkreissägen zugeschnitten und dann zur Verarbeitung in die jeweilige Abteilung verbracht. Im Schaltschrankbau werden die Schaltschränke kundenspezifisch erstellt und jeweils auf die Eigenarten des Betriebes zugeschnitten. Hier eine Anlage für den Ostblock mit Touchpanel für eine LC4-Steuerung. In unserem E-Planungsbüro arbeiten unser Elektronikentwickler und unser Elektrotechniker eng zusammen und stimmen die einzelnen Komponenten der Steuerung und der Stelle aufeinander ab. Bevor es in die Fertigung geht, erfolgt die Planung in unserer CAD-Abteilung. Auch hier bilden wir aus. Neben Auszubildenden im CAD-Bereich haben wir Energieanlagen, Elektroniker in der Ausbildung und Bürokaufleute. Hier sehen wir das Planungsbeispiel einer großen Saunanlage im geschlossenen System. Neben unserer eigenen Produktion werden an drei Standorten in Italien, Deutschland und den Niederlanden Produkte auf unseren Werkzeugen für uns gefärdigt. Hier im Bild die Produktion der neuen Lochplatte in den Niederlanden. Das Ergebnis sind Produkte für den Steilklimabereich, die europaweit erfolgreich eingesetzt werden und neuerdings auch in den Gussstaaten zum Einsatz kommen. Hier sehen wir die Wascheinrichtung im Einsatz. Die Düsen werden in einem 90-Sekunden-Rhythmus quer über den Tauscher bewegt. Dadurch werden die Waschintervalle immer auf Teilbereiche verteilt. Und wir haben den Vorteil, dass zum Beispiel jetzt sichtbar auf der abgewandten Seite der Tauscher noch Heizleistung bringt. In vielen Stellen in Deutschland und Europa arbeitet jetzt schon die bewährte HDT-Technik. Ob es Kunden aus Norddeutschland sind, aus Süddeutschland oder aus anderen europäischen Ländern, die Kundenzahl steigt sukzessive an. Na Jungs, fühlt ihr euch wohl? Die Qualität unserer Produkte spricht sich immer weiter unter den Kunden herum. Warmwasserheizung, da eine vorhandene Hackschnitzelheizung die Wärmeversorgung sicherstellt. Seit Anfang 2012 kommen nun auch neue Kunden aus den GUS-Staaten hinzu. Der nachweislich reduzierte Energieverbrauch in unseren Anlagen bedeutet weniger Umweltbelastung, hohes Wohlbefinden für die Tiere und gute Luftqualität für Mensch und Tier, die in dem Stall arbeiten. Mittlerweile werden unsere Anlagenbauteile auch in andere Länder exportiert. Hier zum Beispiel die Verladung für eine Anlage, die in die GUS-Staaten geht. Bei diesen langen Frachtwegen ist es wichtig, jeden Leerraum zu nutzen. Hier zum Beispiel der Innenraum des Wärmetauschers wird mit Platten genutzt, um die Container so optimal wie möglich auszunutzen. Viele Bauteile werden als Bausatz geliefert, wobei dann immer ein Teil als Muster vorgefertigt ist. Der Rest liegt zugeschnitten auf den Paletten. Die ganze Einheit wird dann in die Container verladen. Um auch in Zukunft für unsere Kunden in Deutschland und im Ausland unsere Leistungsfähigkeit auszubauen, haben wir bereits im Januar damit begonnen, eine neue Fabrikationshalle und eine E-Werkstatt zu bauen. In der gräumigen großen neuen Fabrikationshalle werden überwiegend Kunststoffteile und die Wärmetauscher gefertigt werden. HDT ist bekannt für Innovationen und neue Ideen im Stallklimabereich. Um diese Möglichkeiten auch in Zukunft zu behalten, war es nötig, einen Neubau zu errichten. Wir werden uns diesen Herausforderungen auch in Zukunft stellen und Ihnen modernste Anlagen mit hohem Niveau anbieten können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.